ja und ich habe eine pamp-shotgun ich 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 die liegt nur mitten im wald ja ich habe auch eine pamp-shotgun was warte jetzt aber meine ne ich will wer will eine pamp-shotgun neiiiiiiiin komm Meine Melone! Meine Melone ist kaputt. Was ist denn das hier für eine Reaktion von... Is hier niemand tot? Wer ist Detektiv? Warte, wer ist Detektiv? Ich, ich. Wo ist Detektiv? Das heißt? Dass du Trigger Happy Trigger Finger bist. Das heißt, dass du gerne einfach mal so drauf losschiehst. Ne halt, das ist Justin. Das ist Justin. Nein, ich bin's nicht. Böser Strom, du bist böse zu mir. Wer will die Pump Shotgun, der damit umgehen kann? Niemand. Warte, warte, warte! Warte, hier ist jemand tot, hier ist jemand tot! Das hat sich nach Sniper angehört. Das war die Silent, das war die Silent. Das war die One-Hit. Dann war es ein Traitor. Wer ist nicht bei uns? Ja, ich komm mal runter. Naizio ist doch kein... Ich bin hier oben, mein Detektiv. Dann ist Ruben ist grad gekommen. Ich bin doch hier! Wo? Alle auf Ruben! Hier oben! Hier oben! Aber ich war's nicht, Jonas. Ich war ganz zur Zeit hier drin. Er sollt mich töten. Er war grad auf der perfekten Position, um das zu machen, glaube ich. Ich stand hier in der Ecke. Okay, wer hat die G geworfen? Uwe? Hier oben brennt's. Okay, er lebt noch. Ich bin doch hier die ganze Zeit! Ich glaube, dass du Traitor bist! Ey nein! Okay, was sagt der Detektiv? Ja, ich glaube es war einer, der auf dem Dach war. Nein! Jemand hat ihn mit einer Sniper erschossen. Ja, was hab ich denn hier bitte? Eine Pump Shotgun. Ich hatte die ganze Zeit. Ich bin doch ohne Pump Shotgun. Dann muss es hier Jonas gewesen sein. Das war keine Sniper. Was ist denn? Welche Wach hast du denn? Hey, schau mal! Wie kommt man da hoch? Der Tim... Ne, nicht Tim. Thomas hat mir... Jonas hat mir... Jonas hat ne Sniper. Ja, ne war ich aber... Ich weiß nicht. Thomas hat mir am Anfang schon die Pump Shotgun gegeben. Und ich hab's immer noch, also... Ja, ich hab's auch immer noch. Okay, er war inno. Was? Mein Fehler! Tut mir leid. Wer war der? Ich bin es nicht! Ich dachte, war der Sniper! Tut mir leid! Was? Was? Wer ist denn jetzt? Hä? Ich kann mir grad gar nicht sehen. Es ist Justin oder wie heißt? Keine Ahnung. Ich bin tot! Achso. Warte. Lol. Jawohl! Was? Wieso wird immer ich? Ich hab auch mal aufgeschossen. Justin. Justin. Isi... Isi bestes Team. Nichts sagen, wenn du tot bist. Ich wollt nur sagen, ich hab den Typen weg. Ist nur Jungs. Auch wenn er dich fragt. Ich weiß, dass du das warst. Ja, ich rede auch nicht mit dir, Isi. Hey, wer wartet in den Traitor? Ruben und Isi? Ich und Ruben. Ich und Ruben. Vorfitt euch da alle. Wir waren die Westfrau Spieler immer. Aber schon gerne, wir sind ja so gut einfach. Mit dir macht es voll Bock. Immer weil ich mit dir... Ich werde immer am Anfang gekillt, wenn Ruben Traitor ist. Das ist wirklich so fast einfach. Das ist wirklich so fach. Ich check das eh nicht, warum wir das nicht versteht dass immer wenn wir mit der Seidens umgebracht werden, dass ich das bin, weil ich immer die Seidens nicht. Oder immer wenn ich ja das nicht verstehe, dass automatisch stumm ist. das stimmt doch das stimmt aber das ist dann wahrscheinlich weil du dich wer ist da oben das ist huben huben ist bei mir aber da stand ja drin dass mit das abgekehrt worden ist ich habe mir die snape gekauft ich bin ich bin ich bin okay alle mal voreiligen oder der mitte der straße ok pizza wer nicht konnte wenn er eine frage wie komme ich hier runter ich hätte töten können wenn ich trage der gröbel alle in der straße los allen mitteilung haben ja er hat ja wieder zum abschlussfrage geben müssen alle da nur noch da wo auch von hinten gekommen die kämpfe nie hat die kampf und herrte als mir kommt die juli konnte er ja 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 jetzt hier als julie und um er sieht ihn mal hier zu den stufen die andere nicht millionen ist okay dann machen wir ruben bis sie und schafften gehen hier wo ich jetzt ich guck nur zu wo rum und schaue ich bin hier ihr kommt mir aus wo ich bin ich kann und die anderen sind da und ich will sie den hier und jetzt wer wartet wir waren in als johannes 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 weil er kann antingen sind für mich schon mal verdächtig weil es wo er bei einer erneutenden wochen ich bin er noch nicht mehr bei mir wenn jemand ich hätte ich hätte ich als erster wenn man es geht er sich schnell hier in einem johannes inno weil ich inno bin ja und ich hätte sie eben töten können in dennoch einheitlich gemerkt aber ich will bin dass es wieder gelaufen was spieler wenn er bleibt also stehen bis zum ende der runde wert ist irgendwo schießt der strecke und toll dann gehe ich aber hier hin und kann sie direkt abgeschossen werden außer von dem da Hey, Ruben, hierbleiben! Ruben? Warte, warte, wer ist nun mal Detective? Jetzt sag doch irgendwas! Ja, sag doch irgendwas! Okay! Ich wär mal dafür, dass irgendwie zwei kämpfen! Ja, und welche? Ich kämpf, ich kämpf, Otto, gerne! Justin, nein, Justin gegen Ruben! Wer will gegen mich kämpfen? Nein! Das sind Ruben! Das sind Ruben! Und los! Warte, nein, nicht los! Ruben ist Ruben! Okay, wer ist der Nächste? Ich untersuch! Wer ist der Nächste? Okay, noch! Okay, dann war's gut! Nein, nun bleibt's erstmal nehmen! Jetzt kämpft Juli gegen Isi! Okay! Ich bin so schlecht! Okay! Hattest du dich, Juli? Juli kontrolliert! Jetzt darf ich gegen Chabak! Nein, 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 das müssen äh... Was war's? Die anderen beiden noch gegeneinander! Chabak kämpft! Loll! Warte! 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 So, stimmt! Geil! Wie so hast du die One-Shot-Waffe an ihm verschwendet, er wäre auch sonst so tot gewesen! Wer hat mich umgelegt? Giga! Also Thomas! Wie hast du das gemacht? Ich war mit einem Ding weg! One-Shot-Waffe! Alter! Ich hab alle ein... Ich hab alle ein... Ich hab richtig gut abgeräumt! Das fand's gut! Warte! 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 Nö! Warte! Warte! Und das war ja mega geil gewesen! Gibst du mir Asyl? Ich will auch Asyl. Wer freigt dieser Traitor? Wieso? Ich war bisher immer innocent, wenn ich nach Asyl geforteile. Wer ist denn da oben? Nimm deine zweite Waffe, oder hast du? Äh, okay. Bitteschön. Wer ist Trigger? Ich werf nicht meine Waffe weg. Wer war das? Wer ist Detektor? Ich weiß nicht. Oh, er hat die Granate geworfen. Da vorne liegt einer. Halt los. Das war Hupen. Ich glaub ich auch. Wer ist tot? Ja, Hupen. Okay, Justin ist tot. Komm, wir machen das Kriegsgericht. Wer stimmt für ja, wer stimmt für nein. Okay, Izzy entscheidet, was zu tun ist. Wo? Wir töten oder nicht töten? Weiß nicht. Okay, töten. Wen denn? Ich nehm euch mit. Ich nehm euch mit. Scheiße, der ist innocent. Warte. Ah, läuft auf. Ach, 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 ach. Giga. Guck mal. Wie scheiße wird das? Ich nehm euch nicht. Ich nehm euch nicht. Ich nehm euch nicht. Du lol? Nein. Schönes Ding. Immer wenn was passiert. Ich war einfach... Warum wenn es nicht immer... Ich war in Waffen-Shop und dann sagt Izzy einfach... Ne, der war ganze Zeit nicht bei uns und ich. Egal was auf dem Map passiert. Ich bin's immer. Nein, ich bin weg nicht. Wir waren auf der anderen Seite. Du warst hinterher auf Wolke. Oder nebenher auch Wolke. Ja, aber nicht ihn konfirmt, hab du dummer. Ja, ich wollte hinlaufen, hab sogar gesagt, ich... Eh, ich hab Justin getötet von oben, aber keiner hat irgendwie gemerkt. Ich hab's. Doch, ich hab's. Doch, ich hab's gehört. Wenigstens hab ich noch einen mitgenommen. Ich hab grad so den Smokran-Hit, äh, Granate. Granate. Granate geworfen. Aber wenigstens... Es ist eine Academia. Wenigstens hab ich einen mitgenommen. Ist die AG gut? Äh, ja. Was geht? Die AG. Die AG. Die AG. Die Auge. What the hell? Hell? Ich bin, ich bin Traitor. Du bist Traitor? Okay, da bekommst du einen Vorsprung und das ist vorher schon. Ich bin Detektiv. Ich bin Traitor. Wir sind jetzt alle Traitor. Okay, wir sind jetzt alle Traitor. Okay, wir sind jetzt alle Traitor. Ja, wir sind jetzt alle Traitor. Boah, f*** dich doch. Das muss das Glasein. Weil ich konnte die Tür nicht öffnen. Nein, das ist ein Stier. Ha, 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 ha. Nein. Oh, oh. Warte, wer schießt? Wer schießt? Wir haben uns gerade getötet gegenseitig Ey! Wow! Wer war das? Wer war das? Ich kann euch sagen, ich habe noch eine Granotte hier Ja, das kannst du nicht gewesen sein, weil du das Opfer bist Nisi, geh weg Ja, lass dich doch rein, den Möchen gehen wir Ich hab den Schuldigen Wen? Die Melone LOL Melone Wer ist denn? Er hat die Zeugen getötet Er hat die Zeugen getötet In Nisio, in Nisio hat geschossen Warte, warte Er war Traitor LOL LOL Warte, hier schießt noch jemand Ruben schießt Ok, Ruben Ja, ich bin Detektiv Ok, so In Nisio soll ich in Nisio? Nein, nein, nein Nein, ich hab Traitor getötet Esi, 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 esi Jawoll Warum tötet ihr mich? Boah, 2-7, Alter Ja, ok, gut Was haben wir da für diese Folge Sind ja immer so Was haben wir aufgenommen? Das sind 22 Minuten Gut, passt so Und Konkescheiße Und Ja, das frage ich mich auch Und dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Und bis dahin Vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss Konkescheiße Konkescheiße Tschüss 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 Tschüss